Wir sind wieder zurück an unserer Kierung, an der wir die Batterien letztes Mal in der Kamera vergessen haben. Da hinten oben hängt sie und ja, wenn Batterien in der Kamera sind, kann dieser auch Bilder senden. Direkt an den Folgetagen kamen auch fleißig welche rein von Rehwild an der Lecke. Da hatten wir unser Arnissalzspiel rausgebracht, das bringen wir jetzt natürlich auch wieder raus. Und dann bin ich mir sicher, kommen die nächsten Tage auch weiterhin Bilder. fendern. Werden. Zeilen, die H&M passen wir jetzt nach amerem. Weben einmalig.